So, jetzt kommt ein Spielgemeinschaft. Musikalisch kennen wir uns auch noch nicht. Ihrlaubt privat haben wir uns letztes Wochenende auf ihrer Tat kennengelernt. Zustande kam die Verbindung mit einem Anfragen der E-Rolle, ob wir ein Aufenthalt in Emmertalus überleben könnten. Da wir Zeit hatten, sagten wir zu. Die E-Rolle waren dankbar und wir konnten einen einzigartigen historischen Umzug musikalisch begleiten. Kurz danach begegnen wir uns nochmal in jedem Sinne bei dem Auftrag von uns. Durch diese Verbindung kam auch der telefonische Kontakt zu dem Korbis zuständig. Und nun sind Sie beide heute hier, als ihr letzten gemeinsamen Auftritt, den 8.1. werden Sie anders heißen, aber das werden Sie wahrscheinlich noch selber erzählen. Meine Damen und Herren, ich schaue mal ihr Rolle statt für den Korbis! Ich schaue mal ihr Rolle statt für den Korbis. Das war's. 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 Das war's.